Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Lego Star Wars Geschichte Kampf auf Saloikami. Mal sehen, was Luke Skywalker und R2-D2 für ein Abenteuer erleben werden. Hey Leute, wisst ihr wer ich bin? Mein Name ist Anakin. Anakin Skywalker um ganz genau zu sein. Ich fliege heute mit meinem Kumpel R2-D2 auf einen entlegenen Planeten, wo wir Troiden vermuten. Und ich würde sagen, wir machen uns auch direkt auf den Weg. Komm R2, steig ein! Ja, du hast recht, Erzwo. Ich sollte unseren Zuschauern sagen, warum wir die Droiden finden wollen. Nun, vor einigen Tagen haben wir einen großen Kampf gegen die Sith ausgetragen. Dort waren sehr viele Droiden, die uns das Leben wirklich schwer gemacht haben. Ja, ja, schon gut. Ich wollte gerade erzählen, wie heldenhaft du dich verhalten hast, Erzwo. Erzwo konnte nämlich ein paar Droiden weglocken. Als sie abgelenkt waren, konnten wir sie überwältigen. Die Macht war an diesem Tag wirklich mit uns. Doch leider waren wir dann selbst unaufmerksam. Vier Droiden konnten nicht kommen und haben einen unserer Troopers und seinen Speeder entführt. Aber Erzwo D2 konnte berechnen, wo diese Fieslinge hingeflogen sind und jetzt sind wir ihnen auf den Fersen. Niemand entführt so einfach ein unserer Männer. Du hast recht, Erzwo. Da vorne ist es schon. Jetzt erleben die ja blaues Wunder. Auf geht's! Wollt ihr wissen, wie die Geschichte weitergeht und was Anakin und Erzwo auf dem Planeten Saloikami vorfinden werden? Dann klickt einfach auf das kleine Video unten im Bild. Zeigt euren Freunden, dass euch unser Kanal gefällt und gebt uns einen Daumen hoch. Bis bald, euer Pandido-Kanal. Bis bald, euer Pandido-Kanal.